Letztes Mal im Pokal-One-Finale. Okay. So, jetzt kommt... Jetzt komme ich schon langsam nach... Oh, 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 oh. Toxic Spikes? Mach nicht diesen hier! Also sein Slime-Work ist, glaube ich, am schlimmsten. Das lässt mir jetzt ziemlich gut so. Ich möchte seine Pokal nicht aufpassen. Eine Scheiße für die Situation, diesen hätte ich wirklich gerne. Danni hat es nicht geschafft. Im ersten Durchlauf bis zum dritten Top 4 zu gelangen. Doch er hat es wieder versucht. Doch scheiterte dieses Mal beim dritten. Koga war anfangs zu stark. Gefolgt von Bruno. Wie will er sich jetzt in dieser Folge meistern? Wird er es diesmal schaffen, zum Champ vorzukommen? Und wird er den Champ besiegen können? Es gibt nur eine Möglichkeit. Er muss die Unterstützung von Möti dazuholen. Allerdings ist Möti immer noch im Kampf. Doch wird er auch sehr bald die Nieger vielleicht beenden. Oder er wird sie verlieren. Der Wettlauf zum Schämen. Der Kampf um die Krone. Der drei Spitzbuben wird weitergehen. Und er wird in einem epischen Ausmaß enden. Ein Ausmaß, welches die wenigsten gedacht hätten. Und er wird in einem epischen Ausmaß. Der weg gibt in einem epischen Ausmaß. Und er wird in einem epischen Ausmaß. Verstöntet der ersten dritten. Und die erste. Entschuldigung. Der hier ist dein so zu viel am Strand. Der andere ist nicht auch. Also das ist ein kleine Ausmaß. Na von uns dreien dann der dritte wahrscheinlich Ne ne von uns dreien wirst du dann der vierte Ah ne der dritte Nö ich hab's noch ein zweites mal früher als er Von uns dreien wirst du der vierte Quote of a day Ich erinnere mich an Ho ho kommen sie rachen Keine Rhythme Was sah ich mit Luvia? Das guckt glaube ich nach Kanto Ja Das arme Luvia was ein Wasserpokémon sein sollte Aber ein Psycho Und dann kommt Palkia das ist ein Wasserpok Ein Wassertrache sogar Das muss man nicht verstehen Äh paralysiert ok Au Mach hier nicht auf Paralyse So das eine Dragoran ist Paralyse Jetzt Ist das auch der letzte Dance von Lance Vance? Was? Was? Das ist ja Last Dance Noch nie Pokemon Äh äh GTA Wo ist sie? GTA Ich spiel 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 Das ist die letzte Ich spiel 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 für euch man den plegator als faste mal nein wir wollen nicht wollte wie man den plegator haben der ist man kann auch streicheln ich glaube ich habe den schweren kampf okay jetzt muss ich aber mal dringend ein vorbereitung treffen so was kostet ein wiederbeleber 1500 wie viel habe ich 3 447 ein beleber zwei beleber mit 64 ich habe die liga schon geschaffen so viel ich habe fünf boxen bekommen ach kai ist auch schon durch mit der liga ach so musst du von vorne anfangen ja ich bin bei siegfried gescheitert fühle ich bin bei bruno gescheitert das das heißt doch eigentlich theoretisch das besser das ist das ist jetzt wenigstens die erlösung das fast das gesamte projekt lang offenslos unterleveld war so schnell team ordnen und 22 schlägen Alter. Binding Band. So, Willi. Mal rein hoch. So, Willi. Mal schauen, ob du es immer noch... Alter, einfach... Ich hab gehört, Willi wird es wissen. Ja, Willi wird es wissen. 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 Wie macht der Sieger nochmal, oder was? Hätte ich geleber, ja. Ach so. Ich hab ja alle beiden Teilen in dir gegeben. Ah ja, stimmt. Ja, und ich muss leider noch schauen, weil ich bei Sie... verloren. Ich geh mal nach Neuborgia. Machen Sie das. Ich bin auf den Weg nach Neuborgias. Endlich machst du ja Inklusion. Ja, sie... Ich hab gehört, das ist DIE Stadt. Oh mein Gott, Bruder muss los, ich spiel... Ich kämpfe... Miki Minaj verarmer. Oh ja, das hab ich auch... Ja, das hab ich auch grad besiegt. Hätte ich dir das fähig. Ich hab sogar gleich einen Koga besiegt, hoffe ich. Bam! Ich mach einfach... Wenn ein Eisenschwanz mal treffen würde. Scheiß! Ey, Scheiß, ich hasse... Ne, ich hasse Miki Minaj. Wer hasst Miki Minaj nicht? KDW. Na gut, stimmt. Mach auf! Steh auf! Steh auf! Uiuiuiui. Steh wieder auf! Steh auf! Oh, Entschuldigung. Rappstein. Manatiker hier. So, ich muss kurz gute Nacht sagen. Du, good night. Ja, ja. Ist schon wieder 23 Uhr. Ja. Guuuut, gut, 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 gut. Max. Dieter. Oberhiet. Jetzt? Was ist denn Max und Dietz hier? Ach so. Na, ich versuch mal zu Luvia zu... Da bin ich wieder. Oh Gott. Mit welchem Pokémon kämpfe ich es am besten gegen ihn? Ananda gegen Bruno. Schwiege Fall. Fuck, Lamuz. Ich versuche und mach um einmal mein Glück. Dieser Blick von Lamuz. Uuuuuhhhh. Ich bin Lamuz. Ich bin Lamuz. So, Bruno, ich erwarte eine neue Revanche. die zweite sekunde mal du hast die liga durch nein ich bin zweimal im bruno für rechts ist gar nicht mal so gut aber es war schon funktioniert machen wir uns hier ist gerade relativ gut sogar alte das lahm ist so könnte ich hier ein guter ich kämpfe gegen gerade gegen eine alte trainerin gegen die ich nicht gekämpft haben okay mit level 20 stände und starmi auf der rasse eine power ja die power durftest du jetzt schon schon mal ronald schon gekämpft kronen also das auch ein konsort so kurz meine probleme wieder aufgehalten ich bin wieder bereit zu gehen ich bin breit ich bin auch breit alter jeder ist breiter als gucken tv einfach so unnötig beef produzieren mit einem youtuber von 850 läuft knacker kann whirlpool noch immer ich hinterfrag es mir nicht oberheat naja onyx 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 du kleines verschissenes stück scheiße ich habe vergessen dass das fiech erdbeben kann und ich setze natürlich agron ein das fiech erdbeben kann und ich liebe diese szene oh mein gott ich bin schneller stirbt und es hatte noch ein pokémon und das ist und jetzt jetzt wirst du ich habe gerade ich habe gerade fast das bad gedauert fast ja ey also ich krieg es einfach nicht ok er wird doch jetzt als zehn jahren er wird von ob dort nackert habe ich gut bei dragonier erledigt den rest ich bin mit raiku raiku dragonier erledigt den rest spark was war das ein 110 kp hat man trauen hier und mit 101 hat es überlebt ich brauche ich brauche ich brauche ich vielleicht noch ok raiku ist auch noch mal sicher gehen was schon könnte noch hilfreich sein kowalski option gegen was wenn die letzte trainerin effektiv welcher typ ging melanie ja denkt man eine spur nach ich weiß nicht was sie benutzt da ist und so die sie benutzen nach tahrer benutzt die flor benutzt ein länger sie benutzt ein hundermann sie benutzt ein karmok gut dann ist es guter röpfel von opto karen respektive karen es gibt hier noch missionen bei der seeschauminsel das ist argos ne das ist nubia stimmt ok um und deine letzte sekunde hat geschlagen ach strahlend einfach one shot ich mein carrier ins spiel als ob das mit einem ding überlebt hat ich nehme 5 scheiß nach tara nach tara ist ein tank ja ich merke das schon ich kann scheiße ich krieg kein geld dadurch ja alle ich will schaden machen wir was gaben ich will keinen schaden nehmen bevor ich ich will nicht aber so stelle ich früher so trago mir und jetzt aqua tail lass dich nicht von dem vieg töten es ist nur ein hund warum haben alle scheiße du weißt schon dass du gegen hundermann keine feuerattacken einsetzen kannst ich weiß dass wir wir kamen trago mir muss man so dies bleibt ja das war's wie das war's ja trago mir und ja und so schrecklich da und das hundermann ey capoeira solltest du eigentlich nicht capoeira machen du fasst mich nochmal an das ist sexuelle belästigung sexuelle belästigung an arbeitslosen platz oder wie der h und trippel k rook hat mich einfach gekillt ich muss sowas von los ich muss von dann entziehen oder ich habe von dann zu nun leidt eine komplette was attacke kaputt wird also diesen machen dann kriegst du auch diesen kaputt ist schaffler ein ich selbst schaffler ein kaputt ist schaffler ein geht daneben ich setze schaffler ein und 40 kp abgezogen damit ist hallo mal wieder mach dich weg voll auch gegner legt mich komm als maulo weil du bist blockiert also drei haupt ja das fisch überlegten ich fühle mich maximal gescannt aber auf einem anderen level ich glaube ich brauche hier in der höhle ein pokémon mit kopf ich muss wirklich kristalle sondern the final challenge endlich inferno und auch mal zeit hier ja ich mal kurz und schickt dann und schickt dann später in die als ihr habt kannte auch schon durch sagte oder warte mal warte mal ich mach mal ein beet davon schicks in die gruppe kommen die gruppe jetzt soll mir doch einer den fehler finden das fiech hat keine kp ok das hinterfrag ich hinterfrag das nicht ja das fisch hat keine kp laut anzeigen und stand trotzdem wir sind richtig krasser mara fucker da hat es noch einen kappen